Wir befinden uns im Beta-Sektor, Gronkh. Beta-Sektor, 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 ich muss was essen. Beta-Sektor. Beta-Sektor. Beta-Sekte? Ja. Ah, Sekt, mhm. So, jetzt hab ich... Oh, ich hab ja irgendwelche Tempelsteine mitgenommen. Wollte ich gar nicht. Oh ja, stimmt, ich auch. Und wir müssen auf jeden Fall... Wir müssen neues Essen... Toll, danke. Wir müssen neues Essen anbauen, übrigens. Ja, wir sollten uns langsam mal ne Bleibe suchen, ne? Jaaa, aber jetzt sind wir erstmal auf dem Dschungelplaneten gelandet. Was mach ich jetzt eigentlich mit dem... Die 179 kann ich ja unten reintun wieder, diese... Für die Stahlstrebe vom letzten Mal. Haben wir den Anvil gebaut. Dann hab ich noch 769 Iron Bars im... Dingens, die schmeiß ich mal weg. Da, ich entsorge mal wieder alles. So... Fünf... Silver-Ohr hab ich dann noch irgendwie... Ein Wasted Spear. Was sagst du denn zu unserem epischen Kampf gegen das Raumschiff? Boah, der war Hammer. Ich hab selten... ...was spannenderes erlebt. Ja, vor allem die... Der lauft dorthin. Der war einfach... Boah. Der hat vor allen Dingen am längsten gedauert. So, warte mal. Zukunftssachen waren rechts, ne? Da war... Dann pack ich die Sternkarte erstmal wieder rein, weil ich kann die grad nirgends anbringen. So. Und... Ich sortier direkt mal wieder den ganzen Scheiß ein, damit ich hier mit dem sauberen Inventar nach unten gehe. So. Hab ich noch was dabei? Ich hab, glaub ich, nix aufgesammelt. Da hab ich noch ein Do-Not-Enter-Sign. Und hier hab ich noch was Gelbes. So... Olalalala. So viel Zeit muss sein. Das hier ist ein Red Danger-Sign. Okay, dann... Pack ich die mal nebeneinander. So. Äh... Dann hab ich noch eine Waffe, die ich nicht loswerden kann. Die wir wahrscheinlich auch nie benutzen werden. So wie viele andere Waffen auch. Wo waren die Waffen? Im ersten, ne? Ne, in der blauen. In der blauen. Ah, in der blauen, ja. Huch! Äh... 20 Javelins. Crappy Hacker. Den schmeiß ich mal weg. So, hier, da hat wenigstens... War auch so ein Stoßding, aber na egal. So, drei Kisten hab ich jetzt noch. Und ich hab diese komischen... Oh komm, diese Tempel... Scheiße, schmeiß ich mal weg, ne? Die müssen wir nicht sammeln, die Tempelsteine. Ja, ich glaub, wir brauchen wir nicht, ne. So, also ich wäre eigentlich bereit, wenn sie es sind. Also von mir aus dann. Tschüss! Oh. Oh. Ich fahr mit dem Raumschiff mal weiter. So. Na jetzt bin ich aber gespannt. Wo landen wir denn? Oh. Geil. Alter, wie cool. Ich will alles mitnehmen. Halt! Halt! Ach, guck mal. Hier, da gibt's diese komischen, wenn man die... Vorsicht! Gleich mal alles auseinander nehmen. Hier, guck mal, wenn man die Pflanzen nicht abbaut, dann gibt's direkt diese, diese... Ja, geil. Geil. Oh, die Bäume sind schön. Was ist das? Vorsicht! Es ist lieb. Es ist dein Freund. Ich will mit dir spielen. Ist das schön hier. Oh, oh. Vorsicht! Was ist das denn? Warte, bei mir leckt der ab und zu mal. Au. Alter. Denk dran, wir haben eine höhere Schwierigkeitsgrad hier. Ja, ich hab's gesehen gerade. Boah. Aber die waren jetzt noch nicht so schlimm, oder? Ach doch, ich bin total... Oh. Ja, bist du durch den Wind? Geht's denn noch? Ja, ich... Mir ist ein bisschen schwindelig gerade. Boah, komm, wir legen eine Pause ein. Oh. Schön hier, ne? Wenn man sich so umguckt. Umguck, umguck. Wenn man sich so umguckt, umguckt. Das war echt ganz cool. Ja. Schön hier. Alter, wieso gehen die denn immer auf mich? Sind die bekloppt? Weil du der Weihnachtsmann bist. Ja. Achso. Äh... Ach, weißt du was? Oh! Oh, 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 oh! Geil! Geil! Alter, oh! Aber ich glaub, die schießen, oder? Ne, ne, ich springe. Weil ich so aufgewühlt bin. Warte, warte, warte. Pass auf. Der Trick! Der Trick! Es ist der Trick! Du wirst gleich sagen, oh, Alter, ich bin begeistert. Du schießt jetzt wahrscheinlich, ne? Ähm... Alter! Keine Angst! Keine Angst! Der Weihnachtsmann ist da! Ist cool, ne? Das ist ja geil. Das klappt super! Huch! So, und jetzt füllen wir uns einfach durch den Rest des Bodens. Wie er gleich an die Truhe geht, einfach. Ach! So eine Copper und Iron drin. Fünf Stück. Ich bin mehr so der Dekormensch. Ach hier, die Truhe nehm ich aber mit. Oh! Alter, geile Türen! Warte, ich nehm die gleich mit. Ja, nehm du die mit, genau. Oh, Glas! Alter, er räumt gleich wieder alles weg. So, la 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 la. Ja, wir wollen doch keine Gefangenen machen hier. Alter, guck mal, hier sind Rohstoffe in der Erde auch ohne Ende. Das zum Glück haben wir ein bisschen was. Vorsicht! Boah, Alter! Wir machen aber ganz schön Schaden, ne? Ja, oh! Jetzt muss ich mal ganz kurz warten. So! Oh! Hui! Du Robin Hood, Alter! Wie er dir, wie er hinten die Geldkassette zerschossen hat. Oh, echt? Yeah! Haha! Alter, hier sind sauviele Rohstoffe im Planeten. Zumindest hier an der Oberfläche. Was hat denn der hier jetzt für ne Größe? Was ist das denn? Oh, ich hänge Wasser. Oh, 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 oh! Ist der böse? Das ist ein Böser. Also der macht... Dem habe ich kaum was abgezogen gerade. Oh, oh! Boah, der hält ja ganz schön was aus. Lalalalalala! Lalalalalala! Lalalalalalalala! Lalalalalala! Lalalalalala! Alter, die feigen Weihnachtshärsche hier! Lalalalalala! Vor allem, wie der auch den Bogen nach unten hält und trotzdem schießen kann. Das geht! Gehst du auch immer so jagen? Ja, ich brauche Ausdauer, natürlich! Oh! Giii! Biersticker! Warte! Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was das ist. 15 DPS, 14 per Swing, was habe ich eigentlich gerade? Guck mal ganz kurz. Äh... Ach so ein Scheißding. Oh! Willste haben? Ja, das sticht halt nur nach vorne, ne? Das ist immer das Problem. Das hatte ich mal. Ich mag diesen Bogen, finde ich. Also ich brauche immer diesen Bogen. Ja genau, dass du so nach oben auch schlagen kannst. Genau, das ist irgendwie wichtig. Du, das finde ich total wichtig, ne? Kann ich voll nachvollziehen. Ja. Zwei Bio-Studenten unterwegs. Im Napalm-Dschungel. Ach, hör auf! Okay, den darfst du machen. Was denn? Ach, ich weiß nicht. Oh. Hm. Gute Idee, glaube ich. Ich war's nicht. Boah, Alter, macht der ein Damage. Vorsicht, Vorsicht, hau bloß ab. Wieso bin ich läppig? Vorsicht, Vorsicht! Ich hab nix, Alter! Boah, Alter! Boah! Nein! Und hier kommt grad die Stadt! Hier kommt ne Stadt! Hier kommt ne Stadt! Nein! Fuck! Ich hätte nicht auf den Bogen wechseln sollen. Der hat grad Angriff gemacht. Nein! Wir waren kurz vor der Stadt. Ja, Stadt. Die Stadt anzugucken. Nein! Ich hätte nicht auf den Bogen wechseln sollen, ich Idiot. Ich dachte, der ist ja noch so weit da hinten. Dann hat er gerade auch nen Anlauf genommen. Und, äh... Scheiße. Wo bist du jetzt eigentlich? Bist du... Du bist... Du respawnst bei mir auf dem Schiff, ne? Gut. Ne, ich... Ich... Immer auf meinem, aber ich komm hier immer sofort rüber. Achso, das ist gut. Tschüss! Weil mein zu hässlich ist. Das ist ja doof. Wir sollten... Wir sollten zusammenbleiben übrigens. Ne, die Viecher machen bös Damage, also... Ja. Da würde sich so ne MG oder so echt lohnen. Huch! Alter! Die haben doch gar nichts gemacht gerade, hä? Ja, ja! Ich glaube das hat geleckt irgendwie. Ich steh mir das grad vor wie zwei Weihnachtsmänner durch den Dschungel laufen und dabei Bandagen fressen. Voll ein Drogenfilm. Interessante Erdstruktur da unten, ne? Ja. Wenn man mal so in die Erde guckt, da sind... Oh, guck mal da! Rohstoffe! Ich hau mal grad hier die Pflanzen noch weg. Oh, Ghetto! Hm? Ghetto Raid, oder wa? Oder... Ne, grad wieder Polizei schon wieder. Ach so. Ach hier. Vorsicht! Nein! Nein! Der Absturz! So, ich hoffe das Ding ist weg. Bei unserem Glück sind jetzt drei da. Haha, hat Kumpels geholt. Oh, ist noch da! Warte, 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 warte! Vielleicht sollten wir uns in den Boden graben. Oh, das ist wieder voll aufgeladen! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Alter! Wo sind die Bandagen? Alter! Wo sind die Bandagen? Tut ihr denn nix? Doch, jetzt! Uah! Hat nicht geklappt! Ne, ich hab keine Erde gefunden. Scheiße, nein! Alter! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Weißt du denn, er läuft einfach weiter jetzt. Was? Alter! Ho, ho! Hilfe! Hilfe! Ich werde grad von... Alter, von irgendeiner Laserknarre unter den Schuss genommen. Boah, Alter! Alter, ist der mies! Junge, komm mal klar! Alarming Nose Silencer, was hab ich denn da jetzt bekommen? Ach, Nose Slicer! Alter, die sind nicht sehr freundlich gesonnen hier, möchte ich mal untertreiben. Dann ist ja gut, dass ich gestorben bin. Schön, dass wir uns einen neuen Planeten gesucht haben. Alter! DPS 28! Den 28? Boah! Das probier ich mal aus, grade an dem hier. Boah, Alter! Jetzt gehen die schon zu zweit auf mich los! Aber einer ist tot! Hilfe! Du siehst mich nicht! Du siehst mich einfach nicht! So! Jetzt hab ich drei erledigt! Hast du gehört, Tobi? Wie ist die Waffe? Wie ist die Waffe? Ja, die scheint auf jeden Fall sehr gut zu funktionieren, wie es aussieht. Die ist ein bisschen langsam, aber gut. Was ist das denn für ein Thron hier? Oh, Mist! Jetzt hab ich auch Sinn! Ist auch egal! Ach, ein Altar! Hab ich einfach mal ein Altar geklaut. Vorsicht von dem Viech, ne? Ja, ich überleg mir grad schon eine Taktik, wie ich an dem vorbei renne. Oh, hier sind doch noch mehr von den Dingern! Scheiße! Alter, das gibt's doch nicht! Wir brauchen Schusswaffen! Oh ja! Und vielleicht gibt's noch ne bessere Rüstung, als die, die wir gerade anhaben? Ich hoffe! Ich komme, ich komme! Alter! Lass mich hoch! Wo bist du? Äh, wo bist du? Ich bin im Turm! Ah, okay! Boah, Alter! Vorsicht! Boah, Alter! Huah! Alter! Die haben jetzt auch noch gefehlt! Boah, Alter, die Waffe ist so langsam! Alter! Kommt der denn her? Hilfe da, ich bin tot! Nein, 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 nein! Schon wieder? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Alter! Hilfe! Nein! Boah, ich bin clever! Ich bin so clever! Ich bin so clever! Alter! Oh! Puh! Alter! 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 Wir werden... Alter, guck mal! Die Dinger nehmen den Viech auseinander! Die kämpfen! Geil! Ach nee, besser nicht! Ja! Ja! Heldenhafter Weihnachtsmann! Boah! Alter! Krass! Krass! Wie haben die die so schnell besiegt? Das ist mir ein Rätsel! Boah! Alter! Was hat denn der gerade fallen gelassen? Warte! Ich muss mal gucken! Äh... Das ist die alte Waffe! Boah! 28! 2 Hände! Was macht der denn für ein... Das ist ein Einhändler, den der gerade fallen gelassen! Ich geb' der mal eine neue Waffe gleich! Warte mal! 27! Ach! Beautiful Robouchopper! Äh... Ja! Huch! Warte! Ich geb' dir mal diese hier! Ansonsten kann's vielleicht mal diese hier ausprobieren! Ich weiß nicht, ob die... 27 Passwink... Alter, die geht auch. Krass. Ah, jetzt ist da oben ja alles leer. Ach, Alter. Alter. Wie er gleich sofort nach oben eilt. Oh, okay, da oben wartet auf jeden Fall noch mal Action auf uns. Da kommt er wieder zurückgescheißert, weißt du? Oh, ich leg mich mal hier hin gerade. Ja, toll. Hast du nur einer da oben? Boah, Alter, voll vom Balkon gefegt gerade. Warte. Hast du gehört? Essen ist fertig. Ja. Die Gongs müssen wir mitnehmen. Oh, oh. Oh, komm aus Imos. Äh, Alter, was ist das da für ein Star-Captain links? Oh, Midnight. Was? Wo bist du? Wie hoch ist dieser Turm eigentlich gerade? Oh. Wir haben Besuch. Willst du vorgehen? So. Der eine ist hier da rausgepfeffert. Oh. So. Oh, ich glaube, das war also der Turm. Warte mal, die Türen sind schön. Oh, guck mal, so schöne Türen. Oh. Warte mal, ich gebe dir die gerade mal. Ah, vielen Dank. Endlich. Hast du die ganze Zeit drauf gewartet, ne? Ja, ist die schönste Tür meines Lebens. Juhu. Na, Alter. Was macht der denn da? Bring mal vom Turm, ich gebe dir 5 Euro. Okay. Nein. Äh. Doppelsprung und so, ne? Ach so. Da unten wartet übrigens noch einer, ne? Wollte ich mal sagen. Ja, zwei Stück sogar auch drinnen. Hä? Was? Boah. Puh. Ja, leck mich fett. Wat für'n Abenteuer. Äh, da steht ja noch einer. Den Hüllschmier, du. Den Hüllschmier. Was macht der da? Oh. Sterben. So. So. Das läuft doch gut. Ey, wir haben bessere Waffen gefunden. Tobi, wir haben bessere Waffen. Du hast bessere Waffen gefunden. Ich hab gar nix gefunden. Hä? Du hast auch bessere Waffen. Ja, weil du sie mir gegeben hast, aber gefunden hast du. Ach so. Ach Quatsch. Ja, wir sind doch. Wir sind doch die Geißel der Galaxis. Wir halten doch zusammen. Wir haben doch so jemanden in der Galaxie. Und das da? Oh, Vorsicht. Kackvogel. Will der angreifen? Ja. Boah. Alter, Vorsicht. Der macht richtig Damage. Ja, scheiß auf die. Huch. Ich dachte gerade, was kommt da für ein Licht runter, für ein unheiliges. Ich bin der Vater der Waffen. Oh. Was denn? Wir kriegen da vorne wieder Besuch. Alter. Mann. Wir haben da vorne wieder einen Freund. Du hast einen Freund in mir. Wie? Bist du sicher, dass du den angreifen willst? Alter Schwede. Hat der dich kaputt gehauen? Ich war volles Leben gerade noch. Ich war voller Leben. Alter. Scheiße, ich bin mit dem jetzt in der Grube gelandet. Ah, Gott sei Dank. Huh, das war knapp. Wo bist du? Wo bist du denn so schnell ab? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin mit einem Schlag tot. Wo bist du? Roboti, mein Junge. Wo bist du? Darf den Penner jetzt da unten in der Grube hocken. Ach, die tun nichts. Die springen nur. Ist doch die beste Idee, jetzt bei Nacht hier lang zu laufen. Ganz cool, dass die Waffe hier auch so eine Schusswaffe ist gleichzeitig. Boah. Ach, stimmt ja. Die greifen ja an. Ohne Kiste. Was denn? Quest complete. Was? Shop class. Well done using the crafting table. Was? Willst du mich verarschen? Hä? It's time to create a furnace. Was? Hat er sich mal angeguckt, wo wir sind? Du bist immer böse, wenn ich hier weiterlaufe gerade. Nee, nee. Es kann sich nur um Stunden bei mir handeln. Okay. Wer bin ich? Ich habe das Chucklefish-Intro nachgemacht. Wer sind diese komischen Viecher hier? Das ist schon eine ziemlich bedrückte Atmosphäre hier bei Nacht, ne? Ja, es ist sehr düster und gar nicht so fröhlich. Wie man sich den Dschungel so vorstellt, voller Leben und Predator. Hakuna Mandata. Hakuna Mandata. Nee, das war ja Afrika, ne? Achso. Egal. Dann heiß die Sorgen bleiben mir immer fern. Niemand nimmt uns die Philosophie. Oh, Alter. Was? Bist du tot? Alter, ich habe das Viech nicht mal gesehen. One Hip sofort tot. Ja, sag ich doch. Mir reicht's, ich flieg woanders hin. Hm. Ja, der Beta-Sektor hat's in sich auf jeden Fall. Ja, also wir können theoretisch auch in einem Planeten begutachten, wenn du möchtest. Ja, können wir machen. Dann komme ich zurück. Ja, kommst du zurück? Wir haben ja Kohle im Überfluss, weißt du? Ja. Können wir einfach auf den Kopf hauen. Huch. Ich komme. Ich bin schon da. Huntingknife? Was kann man hier eigentlich sonst noch so? Steel-Hunting-Bow geht jetzt auch. Was braucht man da? Wahrscheinlich Silber, ne? Steel. Also. Ah ja, Silber wird's wohl sein. Warte mal, ich mache mal Folgendes. Ich muss das gerade mal verhütten. Das wäre vielleicht mal ganz angebracht, wenn man das mal, wenn man die Bogen updaten würden. Vielleicht geht's dann auch einfacher. Öllaterne, Stahltür, Stahlsitz. Aha, aha. Rebels Hood. Ach, das sieht doch cool aus. Neue Klamotten kann man auch machen. Das habe ich ja schon, die Defektor-Klamotten. Aber die Rebel-Sachen sehen natürlich cool aus. With a Rebel, yeah! Hm? Ich habe ja gar kein Stahl-Dingens. Warte mal, Silver Greaves? Wo soll ich die denn hernehmen? Ach, da. Ach, die waren das. Da brauchen wir einen Copper Greaves, und die Silver Greaves macht man wo raus? Wett. Was habe ich denn jetzt an? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe die Defektor-Sachen an. Okay. Was machst du denn gerade? Ich gucke gerade, ob ich irgendwo den Dingensphere finde. Den Steel Bow, wo du gesagt hast. Woher kam den hier gar nicht? Äh, ziemlich weit, ziemlich weit oben. Steel Hunting Bow. Silver Pickaxe? Ne, ich habe den hier gar nicht drin. Ich habe nur Iron Hunting Bow. Aber, 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 aber Steel Bar? Wie macht man denn eine Steel Bar? Guard Spawner und Epics Spawner kann man hier auch setzen. Spawn your very own Epics Villager. Spawn your very own Guard. Robot Legs. Was ist das denn geil? Das ist ein Robot Head Complete. Ach, ich kann mir, hier kann man sich einen Roboter jetzt bauen. Echt? Ich bin gerade geflasht. Dafür braucht man Stahl. Wie macht man sich Stahl? Brain Extractor. Krass. Wie macht man denn Stahl? Steel Block. Okay, braucht man da Steel Blocks oder braucht man nur Stahl? Steel Bar. Steel Bar macht man aus Kohle und Iron Bar. Ach Mensch. Okay. Ja gut, dann, dann machen wir mal ganz kurz. Ach, jetzt mache ich mal Silber hier gerade. Dann mache ich mal, wir haben, wir haben ja zum Glück so viel, wir haben ja so viel Eisen. Pass mal auf, ich mache das. Ja, Eisen haben wir einen Haufen. Ja, ich mache das gerade mal. Ich smelte mal den Rest gerade und hole ich mal das Eisen raus. Ich glaube, ich kann das noch gar nicht alles craften, weil ich die Quest noch nicht gemacht habe, die ganzen Quests. Ach so. Vielleicht sollte ich da mal, dann mache ich das Offscreen einfach mal, dass ich das UFO einfach Offscreen mal besiege irgendwann. Ohne deinen Freund. Ohne deinen Freund, den Weihnachtsmann. So, mal gucken. Ich mache mir mal ganz kurz. Ich mache mal gerade 100 Steel Bars. So, Robot. Ah, dafür brauche ich aber das Gehirn. Okay. Ein Artificial Brain, dazu brauche ich ja ein Superior Brain. Eine Raffinerie. Was baust du da? Mit einer Raffinerie kann man Pixel produzieren aus Rohstoffen. Ach was, geil. Das ist ja witzig. Und mit einem Brain Extractor, den baue ich gerade mal, kann man Monster angreifen und kriegt dadurch ein Gehirn. So, da bin ich mal gespannt. Du kriegst vielleicht auch einen anderen Metal Workstation, kann das sein? Das kann gut möglich sein. Weil du ja wahrscheinlich andere Sachen machen kannst als ich. Also ich kann zum Beispiel einen Epic Spawner habe ich hier, das heißt ich kann einen Affen spawnen. Dann ist das vielleicht charakterbezogen. Das wäre natürlich noch geiler. Wollte ich mich mal hinterklemmen. Inactive Robot. Krass, ich kann einen Roboter bauen. Roboter, Roboter, Roboter. So, und das würde ich auch gerne noch machen. Da brauche ich aber Silver. Boah, Alter. Wie viele Rohstoffe. Okay. Das musst du auf jeden Fall vorher machen. Weil du, jetzt kann man, man kann dir jetzt auch eine neue Rüstung machen. Ja, muss ich mal gucken, dass ich das mal mache und dann... So, und daraus mache ich dann gleich mal Rebels Chestguard. Mal, da gab man eine Rebellenrüstung draus. Mal gucken, wie ich gleich aussehe. Ich muss leider das Weihnachtsmann-Outfit ablegen, damit man sieht, wie es aussieht. So, das ist meine alte Klamotte hier, ne? Die ich noch anhabe. Zack. Das ist cool. Alter, cool. Ne? So ein Robe. Voll der Assassin's Creed, Alter. Du siehst aus wie der Tod. Geil. Ich bin gekommen, um Recht zu sprechen. Recht? Boah, ich bin der Weihnachtsmann. Boah, geil. Gefällt mir gut, das Outfit. Sieht cool aus. Und hast jetzt auch mehr Verteidigung wahrscheinlich, ne? Ich vergleiche das gerade mal. Äh, Verteidigung 6. 9, 15, 6. Und das alte hatte... 5, 8, 3. Ja, doppelt so viel quasi. Ah, okay. Da musst du... Würde ich mir auf jeden Fall auch machen. Ja, unbedingt sogar. Hä? Ich habe Zellmaterie gesammelt. Wat? Hä? Wieso habe ich... Wo habe ich denn Zellmaterie hier? Was kann ich damit machen? Vielleicht bei den Robotern? Das kann sein. Weiß ich gar nicht. Krass. Wir brauchen auf jeden Fall dann noch... Äh, 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 äh. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen noch unbedingt... Boah, die Ammonito passt hier leider nicht an die Wand. Wir brauchen noch unbedingt... ...einen Klamottenschrank. Boah, meine Nase ist zu, merke ich gerade. Ich sollte nur jetzt mal einen menschlichen Planeten suchen. Einen menschlichen Planeten? Deine Ideen gefallen mir, Weihnachtsmann. Oh, oh, oh. Ah, hier kann ich jetzt Schilde machen. Das habe ich alles schon gemacht. Okay. Einen Roboter. Ich würde mir gerne einen Roboter bauen. Schilde machen. Hört sich langsam so an, ne? Ja. Total anders. Ätzend. Sollte vielleicht nicht krank aufnehmen. Wart mal. Guck mal hier. Brain Extractor. Hä? Ist das das Blaue da oben? Ach, da hast du in der Hand. Hilfe. Ja, genau. Extractee, extractee, extractee. Extractee. Mach mal vielleicht. Gucken, was passiert. Flop raus. Ne, ne, das geht nur bei Monstern. Ah, okay. Vielleicht suchen wir uns mal kurz einen Monster. Alter, meine Nase. Hört sich voll scheiße an. Warten wir mal kurz, bin gleich wieder da. Ja. Wir überbrücken dieses Schnauben mit einem schönen Song aus der Kategorie. Keine Ahnung. Hast du es bald? Mist, ich habe keinen Taschenkücher hier. In Ärmel geht der auch nicht. Ab einer gewissen Menge ist es ekelhaft. So, lass ich mal kurz nach unten auf den Planeten gehen. Ja. Jetzt habe ich doch Taschentücher hier. So. Äh, und dann suchen wir mal einen Monster gerade. Mhm. Da. Kann ich dem einfach ein Gehirn... Warte. Huch. Na los. Yeah. Ich habe ein Brain. Inferior Brain. Was kannst du damit machen? Ah, scheiße. Ich brauche mal ein besseres. Ich brauche ein Superior Brain. Ich brauche einen menschlichen Gegner. Einen Villager am besten. Gut, dass ich kein Mensch bin. Samm... Ich sammle Gehirne. Uah. Ist der doof. Ja, das wird auch kein passendes Gehirn. Wollen wir an die andere Seite gehen? Mhm. Okay. Boah, die Waffe ist voll geil. Ich feiere die voll, weil die noch so einen... So einen Schuss macht. Ja. Ich brauche doch übelst rein, ne? Bestimmt werde ich jetzt übermütig mit dem Ding. Alter. Schnell. Vorbei. Vorbei. Achso. Vogelpark, weil es rote. Ah. Ha 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 ha. Okay. Einen davon brauche ich lebendig. Vielleicht... Ich würde sagen. Genau. Gute Idee. Ich warte hier oben einfach mal, ne? Ja. Au. Vielleicht soll ich das machen, weil ich habe ja auch eine bessere Rüstung jetzt. Alter Schwede. Ja, die hauen ganz schön rein. Die bockt dieses kleine Loch auch nicht. So. Du schaffst es. So, der eine ist fast weg, aber... Ich warte mal ganz kurz. Ne, nicht kaputthauen. Ich brauche den lebendig. Ja, 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 ja. Wenn er überhaupt ein Gehirn hat. So. Schieß ihm doch jetzt das Gehirn raus. Geht das nicht? Wo ist das... Wo ist das Ding hin? Alter, jetzt wechselt der hier zwischen den Dingern. Warte mal. Jetzt muss ich... Kein Gehirn. Oh. Ja, dann hast du zum Glück jetzt schon mal gesehen, was passiert, wenn du mich tötest. So. La 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 la. La 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 la. Ich baue dir das hier schon mal ab. La 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 la. La 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 la. Was lieb. La 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 la. La 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 la. Oh, Glas. La 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 la. La 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 la. Ninja-Looter. Ja, aber echt. Oh, ne Kiste. Ich hab Flashlight. Wow. Was ist das? Ja. Da seid ihr schlau. Ach du Scheiße. Hier hinten einfach nur Gebüsches. Ich freue mich schon, wenn der nächste Mega Klops wiederkommt. Nein. Boah. Alles okay? Ja, ja, doch, doch. Ah. It has hurt a little bit. Oh, I you hurt. I you Köln hurt. Ach, gucke mal. Ach so, Scheiße. Ich habe keine Bandagen mehr. Warte. Ich hilfe dir. Bandage? Das ist sehr lieb. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe extra diese ganze Zeit diese grünen Dinger gesammelt. So, wo sind die Band... Alter, kaum guckst du mal nicht hin, ist das Inventar wieder voll. Ich glaube, diese Inventargeschichten machen wir offscreen, oder? Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Das haben wir jetzt einmal gemacht, das ist sonst genau. Das denke ich mir auch. Ich glaube auch nicht so, dass das so ein kleines Inventar ist wie bei Minecraft, sondern das ist ja schon ziemlich riesig. Eben. Wie geht das? Ach, nur du kannst die da... Ah, gut. Pixel. Oh. Alter. Habe ich den Hut? Habe ich den Hut? Boah, du Wichser. Habe ich den Hut? Habe ich den Hut? Okay. Warte, der wichtige Monitor. Wir haben die Türen vergessen, das letzte Mal. Nee, die habe ich mitgenommen. Ach, cool. Wie man nimmst du alles mit, weißt? Ja, sagt der mit der Mega-Robe. Ja, wir müssen für dich das Ufo noch besiegen dann auf jeden Fall. Vielleicht hätten wir dann direkt zwei aufstellen sollen. Oh, eine Kiste. Ja, wie gesagt, das kann ich ja auch offscreen machen, das ist ja nicht so... Na gut. Das ist ja nicht mehr so schwer, scheinbar. Das ist genau die richtige Waffe für dich, ne? Die ist echt super. Alter. Kein Problem. Bleib einfach mal da näher. Der Großkotz. Ey, hier ist Eis, ne? Ach so. Jetzt, wo du das sagst. Fällt dir gar nicht mehr auf, ne? Du siehst nur, dass du als nächstes grieven kannst. Ja, das ist alles noch wie so ein Rotfilter. Wie der Predator, weißt du, so mit Wärmebereich, wo Kisten sind. Das ging gut. Holiday Spirit, yeah. Alter. Alter, wie viel Erze wir hier liegen lassen? Sieht ja lustig aus hier. Oh, ich habe auch Cell Materia gefunden. Komm, bestimmt aus den Robotern. Alter, ich laufe sogar vor dir, weißt du. Perfekte Waffe für dich. Jetzt bin ich happy. Ich werde Offscreen so hoch spielen, ey. Ich habe doch Offscreen gar nichts gemacht. Nur mit dem anderen Charakter. Ich komme ja nicht mehr hinterher. Hier, bitte. Alter. Ich hole die ganze Zeit die Pflanzen kaputt, damit wir diese Verbände kriegen. Wir. Hm? 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 Was denn? Ne, ne, nix. Hast du wieder was gelootet? Was ist schlimm mit dir? Ne, ne, ne. Ich habe nur dieses Wir gerade nicht verstanden. Was? Wie die, je was? Damit wir diese Verbände kriegen. Ja, natürlich. Wir teilen die doch. Fürs Team. Ja, das ist alles fürs Team. Also, weißt du, das finde ich ein bisschen empörend. Ja. Oh, guck mal, fürs Team. Fürs Team vielleicht, ja. Was suchen wir eigentlich gerade? Hoffnung. Wir suchen, ist Mr. Spock. Boah, diese Kackvögel hier überall. Ja, ich dachte eigentlich, dass hier noch was kommt oder so. Ja, irgendwie. Alter. Boah, hast du gerade Fall. Der hat mich gekriegt. Alter, wo bin ich denn hier? Hilfe. Oh. Hallo. Fallschaden, egal. Hauptsache, erstmal alles looten. Ja. Boah, die Dinger gehen aber so ein bisschen auf den Sack. Jetzt mag ich die Dinger plötzlich doch viel mehr. Alter, was war das denn gerade? Ich hab den nicht mal angegriffen. Alter. Alter, was für ein Wichser. Du bist jetzt, hab ich zu viel davon gegessen. Hä? Boah, wie mies. Okay, wenn der Anlauf nimmt, muss man sich ein 8 nehmen. Yeah, ich hab ihn. Juhu. Aber für welchen Preis? Oh, geil, eine Kiste. Nein, war ein Witz. War ein Witz. Ja. Außen, so geil sind die Kisten jetzt auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Nee, nicht wirklich. Auch die in den Dungeons waren jetzt nicht so geil. Am Anfang war das noch cool, aber irgendwie jetzt so, äh... Wo man alles hat, weißt du? Ja. Was schenkt man dem Mann, der schon alles hat? Giorgio Armani. Ja, wo bin ich denn hier? Oh, oh. Ach. Ach. Okay, wir können einpacken. Nächster Planet. Bist du tot? Nee, wir waren nicht mehr weit von dem Tempel entfernt, wo wir da aufgeräumt haben. Ach so. Jetzt können wir theoretisch noch da nach unten graben, aber ich glaube, das machen wir mal irgendwo, wo es spannender ist, oder? Ja, gut, da unten werden halt Rohstoffe kommen, denke ich mal. Genau, genau, genau. So, ja, dann haben wir ja... In der heutigen Folge haben wir auf jeden Fall viel erlebt. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich hab meine ganzen Pixel verloren. Oh, das ist ja nicht so gut. Ja, 293 hab ich noch. Krass, ich hab nur noch 2300. Ich bin nur noch einmal gestorben. Na gut, du hast dir die ganzen Dinger gecraftet, ne? Wieso teuer? Ich hab da jetzt nicht drauf geachtet, weil... Das kostet mein Jung. 150? Nee, hier. Ach, boah. Das Bruststück 1200 Pixel. Und das Kuppstück 500 Pixel. Boah. Und die Grundausrüstung dann auch nochmal. Na gut, die kostet 10, 20 und 30 Pixel. Das geht ja noch. Aber alter, das Aufrüsten wird teuer. Wir müssen für dich Pixel finden, mein Freund. Das ist alles, was ich zum Abschluss dieser Folge sage. Er sieht mich nicht. Ich bin ein Ninja. Wo ist er denn?